Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Autohaus in Oklin und Rüsselsheim. Mein Name ist Ibrahim Lang, ich darf Ihnen heute diesen Opel Corsa F B-Color aus dem Modelljahr 2021 in der Elegance-Ausstattung vorstellen. Zur Ausstattung des Fahrzeuges gehören einmal LED-Tagfahrlicht, Allwetterbereifung auf 16 Zoll Alufelgen, einmal hier ein kleiner Einblick in den Innenraum des Fahrzeuges mit den Teilleder-Sitzen und nun ein kleiner Blick in den Kofferraum des Fahrzeuges. Zur Innenausstattung des Fahrzeuges gehören einmal die elektrischen Fensterheber, die Lichtautomatik, das Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen, Sitzheizung und die Rückfahrkamera. Sollte ich Ihr Interesse geweckt haben, so würde ich mich freuen, Sie persönlich vor Ort begrüßen zu dürfen. Autohaus Inoklu. Die Familie Inoklu und ihre Teams vom Verkauf und der Mehrmarkenwerkstatt freuen sich auf Ihren Besuch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017